So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ah! Das war irgendwie nicht geplant. Verdammt. Ich hab grad irgendwie zwischendurch so einen kleinen Fehler, dass der einfach irgendwie läuft, wenn ich die Maus bewege. Ah! Okay, so war das nicht geplant. Ähm, ja, da kann ich aber jetzt nicht wirklich was dran ändern, weil... Ja, wenn ich... Ja, da war's wieder. So. Weil wenn ich, äh... Das ist ja einfach so und so, ne? Ne, also, wenn ich... Ja, einfach, ähm... Speichern, neu laden würde, dann, äh... Würde mir das nicht sonderlich viel bringen, hier. Mal gucken, ob das geht. Nein, nein, wieso? Nein. Ich bräuchte also tatsächlich irgendwie das Ding da oben. Na, wo komm ich da ran? Alle Fackeln haben wir hier keine. So, so war das nicht geplant. Nein. Bringt so nichts. Okay. 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 Ich möchte allerdings erst mal kurz da rumteren. Okay. Dann halt nicht. Ähm. Könnte riskant sein. Ist aber gut gegangen. so. Hm. Okay. Na, jetzt hab ich wieder ein Lag drin. Okay. Weg ist er. Oh. Der Tachau. So, da wollte ich hin. Ich weiß, das hab ich beim... ...letzten Durchlauf schon geholt gehabt. So. Ah, ah. Komm doch mal her. Trist mich so eh nicht. Da hab ich leider wieder ein Lag drin. So. Der jetzt wieder weg ist. So. Okay. Rein theoretisch muss ich jetzt gucken, wie ich das andere Schild da rausfahre. Was? Wie? Muss ich jetzt überlegen, wie? 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 Ich mein, das ist zwar wahrscheinlich nicht ganz das, was gedacht war, bei dem Rätsel. Aber rein theoretisch müsste das ja gehen. So nicht. Hat ein bisschen nervig, dass er sich dabei bewegt. Ist so nicht ganz leicht zu zielen. Äh. So, komm. So, ich probier's einfach mal. Okay. Könnte doch so geplant gewesen sein. Denn das ging ja relativ gut. So. Und da ist die zweite Statue. Lass mich raten, ist es auch hier wieder? Jawohl. Jawohl. Na ja. Die sind ja nicht sonderlich schwer, die Viecher. Okay. Bis hier reicht's nicht. Genau, das wollte ich nur. Aha. Aha, okay. Parkiert. Parkiert. Okay. Okay. Danke. Okay. Okay. Fein. So, ich speichere lieber erstmal. Sicher ist sicher. So. Schöne Seelchen. So, und das brauche ich hinten fürs Rätsel. So. Hm, ich hätte jetzt gedacht, dass mich irgendwas belästigen will. Äh, naja. Ich bin ja noch nicht da. So. Okay, so weit, so gut. Hm, bringt das irgendwas, wenn ich irgendeinem immer ins Gehebe? So. So. Hm. Okay. Okay. Das heißt, ich komme jetzt theoretisch da weiter. So. Machen wir erst das mal. Äh. Machen wir erst das mal. Machen wir erst das mal immer. Ist nicht unbedingt meine favorisierte Disziplin. So. Okay. Da komme ich gerade nicht rum. Hm. Ja. Ganz toll und so. Hm. Ich überlege, ob ich da... Jawoll. Äh. Äh. Ja. Hm. Genau so geht das. Ich bin theoretisch hier auf der Höhe. Aha. So. Oh. Ja. Mhm. Aha. So. Ja. War das nicht geplant. War das nicht geplant. War das nicht geplant. Er sollte auch neben uns dann erst werfen. So. So. Einmal. Äh. Ich schaff's echt noch, mich durch diesen blöden Bug umzubringen. Also, komplett umzubringen. So... Gucken wir erstmal da rein. Hüp! Was da denn auch nicht wartet. Ach so, da kann ich theoretisch dann noch sein. Okay, da muss ich noch nicht hin. Das war aber wieder knapp. So, ich muss aber jetzt rein theoretisch ein bisschen ummodeln. Bäh! Bäh! Okay. Ach Gott. Da habe ich echt schon so viele Leben. Und schaffe es trotzdem zu sterben. Ich wette, ich schaffe es wirklich noch. So. 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 so viel was das hier angeht das Schwert hätte ich jetzt theoretisch zack und zack aha na gut da kann ich jetzt wohl wieder raus denke ich fall ich da runter ne und fini na gut da kann man nicht durch so da waren wir theoretisch noch nicht okay dann mal rein in die gute Stufe ich speichere mal vorher so 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 so